hallo meine freunde der sonne dass immer wieder weiter geht's mit euren reactions vorschlägen und wir bearbeiten heute pepperwurst opa wutz schläft tief und fest immerhin eher ich kann es nicht weil ich irgendwie nie müde bin wenn es dunkel ist verstehe ich zwar nicht aber ist so ich bin immer müde ist voll witzig wenn ich auf arbeit gehe bin ich mega müde mega müde sobald ich aber die arbeit verlasse bin ich hellwach ich weiß nicht wieso das ist wirklich so ist kein witz dieses video ist nicht für kinder geeignet dieses video ist für kinder geeignet die originale pepperwurst witz episode wurde nicht bearbeitete episode wurde bearbeitet wutz macht mit pepper und ihren freunden einen ausflug mit seinem bus ist das eigentlich für ein scheiß boot ganz ehrlich also ich würde ich würde da mit drauf geht das einzige was ich machen würde ich würde ganz an den hebel rumspielen gehen wir alle zur pirateninsel diese metalldetektor findet vergrabene schätze der metalldetektor hat etwas gefunden etwas gewunden eine kleine münze ein schatz kommt wir suchen noch mehr du meine güte dieser schatz ist aber ziemlich schwer jetzt ist es mal genug mit der schatzsuche wer hilft die kinder bauen eine große sandburg sie brauchen eine menge sand jetzt fahren wir nach hause wo ist das boot hin das erinnert mich voll es gibt es in der karibe gibt es eine schweineinsel weil damals die piraten schweine mitgebracht haben dann auf die ich weiß leider nicht wie die insel hieß und auf der insel gehandelt haben oder irgendwas oder 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 schiff brüchig oder irgendwas waren und die haben dann die schweine irgendwie da gelassen und jetzt ist es ja das also da für die leute die gerne fleisch essen da muss man sagen da wird ich mit messer und gabel rumlaufen das erinnert mich voll gerade dran oh nein opa wutz schläft immer noch opa ist zu weit weg er hört uns nicht wir sitzen fest auf der pirateninsel wir sind schiffbrüchige genau die eltern kommen um ihre kinder abzuholen schläft immer opa wutz wir dachten schon du lässt uns allein genau wie gaunern himself der wird von 500 negern in den arsch gewungst sehr kleine wichser danach kommen 500 arabs und geben iswanische schelle und ich gebe ihnen ak 47 wieso nie ak 95 war ein sehr cooles video hat mir echt gefallen und ja ich hoffe doch dass opa wutz wieder munter ist weil sonst ja schläft halt noch es wäre halt nicht so schön und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mehr vorschläge habt schickt sie mir doch bitte über instagram oder über twitter und wir sind definitiv dativ akkusativ im nächsten video bis dann haut rein und tschüss